Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Wie ihr seht, wir sind mitten im Dschungel. Wir sind hier gestern abgestürzt, am Ende der letzten Folge. So wie es ausschaut, ist Lera kalt. Und es ist super Wetter, wie man hört. Ein sehr schönes Wetter. Naja, dann schauen wir uns mal ein bisschen hier im Dschungel um. Und wenn ihr was seht, schreit sofort, weil es kann sein, dass ich es nicht sehe. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, das ist aber nicht Miguel gewesen. Mein Gott, haben mich die Blätter jetzt erschrocken. Himmela Schutzwirt. Kann sie rennen? Nein. Habe ich Waffen? Und ich habe nichts. Ist hier denn richtig? Nicht, dass ich hier gleich... Ah, hier ist es weg. Oder auch nicht. Dass ich hier gleich von irgendwelchen Zecken gebissen werde. Wird ich vielleicht hier lang? Oh, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, weil... Ja? Nee? Nein, geht doch nicht. Ich wollte gerade sagen, das, was da lang gelaufen ist. Nein, hört keiner, weil du hörst mir ja auch nicht so. Jemand, das könnte ich gebrauchen. Oh. Sehr schöner Übergang. Für was denn? Nein, hier passiert nichts, ne? Wo sind sie? Ich muss sie finden. Ja. Musst du. Irgendwann, euch. Könnte das dieser Leopard sein? Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Harte Landung. Auf das Leuchtsignal zu bewegen. Ja. Aber... Nicht von hier, oder? Oder doch? Jetzt ist mir direkt das Herz in die Hose gerutscht. Haha. Ich bin jetzt erschrocken. Oh oh. Okay, nur Fehler. Nee, das sind Affen. Okay. Ähm. Machen wir keinen Mist, Fräulein. Ja. Sonst hast du auch nicht so viele Probleme, dich irgendwo hochzuziehen, Mensch. Brüllaffen. So. Die brüllen nur, die machen nichts. Die wollen nur spielen. Da vorne ist etwas. Oh Gott. Ein Zentimeter zu früh gesprungen, würde ich sagen. Hä? Ah. Jetzt geht's direkt wieder von vorne los. Nicht erschrecken. Oh. Hab ich das Nest jetzt runtergeschmissen? Ja. Komm schon. Du kennst das doch schon. Du bist doch eben schon hochgeklettert. Brüllaffen. Schöne Piepätze hier, ne? Diese Artenvielfalt und diese Farben in diesem Dschungel und so. Das ist... Boah, ist das so schön, ist das. Aber dementsprechend hat auch gefährliche, ja? Ob. Natürlich. Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Hallo? Du bist doch, die Affen waren's. Jonah. Miguel. Hört mich jemand? Wo seid ihr? Logbuch. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Was machen wir denn? Ich hätte gerne Gesundheit als erstes oder Kampf. Was ist hier denn Gesundheit? Irgendwo an Zeichen. Da vielleicht? Ich kann die Gesundheit nicht mitlernen zu können. Na gut. Also ich habe nichts dagegen, wenn die Klamotten kaputt gehen und sie das erstmal nicht reparieren. Kein Problem für mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich lasse das erstmal. So. Drei Fähigkeitspunkte. Ein Fähig. Drei habe ich. Kann ich das machen? Oder ist das schon? Okay. Haben wir schon erhalten. Okay. Verziehen auf den Kopf eines Feindes. Aktiviert die Kopftreffer Zielunterstützung. Ach, dann nehmen wir das doch. Ah. So, was haben wir hier? Nehmen wir dann auch. Wird die Menge an menschengemachten Häschen und Russen aus jeder Quelle erhalten? Ne, ich will gar keine Tiere töten. Ich will... Ah, hier ist es doch. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde. Ah ja, zwei Punkte. Ja, okay, das nehmen wir. Da ich sehr oft auf die Nase falle, ist das gar nicht so verkehrt. So, keine Fähigkeitspunkte mehr. Wir gehen raus. Kein Zugriff zeigen, kein Zugriff. Hoffen sie neue Fähigkeiten. Ja, achso. Ja, machen wir dann, wenn es soweit ist. Erstmal ein paar EP-Punkte sammeln noch, ne? Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Ja, dann machen wir. Wie ist das, Bändchen? Ich brauche was zum Durchschneiden. Achso. Hm. Das ist natürlich Mist. Ja, ohne Messer läuft das nicht. Aber... Wie geht denn jetzt etwas her? Das ist heuer. Faszinierend. Okay. Ah. Also, ich befürchte fast, wir müssen da hochklettern, weil ich nichts zum Durchschneiden habe. Vielleicht ein Teil aus dem Wrack. Komm nicht hin, ich bin nicht hoch. So. Was war das? Der Feder. Und mit der Feder kann ich das aber nicht durchschneiden, Leute. Ähm. Ähm. Ach, das hat sie gemeint. Ach, Mädchen. Der macht doch... Verdammt. Das ist aber tief da unten. Das ist sehr tief. Oh. Ein Frisch. Und dann probieren wir es jetzt mal. Er weh jetzt. Habe ich das Ding jetzt doch nicht bekommen, oder habe ich es da liegen lassen? Ah, ich muss bestimmt tauchen, oder? Ja, na klar. Och, nicht der schon wieder. Und gleich das erste Futter für heute. Eran, nimm den doch gleich mit. Oder ne? Warum gehst du hoch? Solltest du nicht. Ganz genau. Oh, toll. Futter ist weg. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Auch noch. Damit um das Messer zu rützen. Also erstmal das hier. Das ist nützlich, aber ich brauche mehr. Schauen gleich. Da kommt schon, du hast schon soweit geschafft. Was war das? Ah, komplett falsch. Erstmal laufen wir nach hier hin. Kann mich auch was. Na. Ah. Bin ja komplett Banane. Hier war es. Hier war es. Genau, hier haben wir noch eine Kiste. Genau, was ich gesucht habe. Nur ein bisschen zu wenig. Ja. Es muss schärfer sein. Klar. Ah. Sicher noch gar nicht. Ein Kanäckel. Aha. Dann ist die Tür runter. Ja, jetzt stell dich mal nicht so an. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. Aber nicht wieder übers... durchs Wasser. Nicht scharf genug. Müssen wir mich verkaspern? Ich habe doch eben gerade die Fest dafür erledigt, oder nicht? Gehe ich hier auch hoch? Ah, gut. Ich bin hier doch nicht. Ah, okay. Es ist nicht scharf genug. Immer noch nicht. Okay. Okay, dann sag mir bitte, was du dich tust. Ich probiere, den Baum hochzuklettern. Hey! Ich glaube ja nicht, was das wirkt. Okay, probieren wir es hier. Okay, hier war ich vorhin schon. Hier hat nichts geklappt. Okay. Heilung. Schön und gut. Aber... Okay. Hier kann ich nicht anfangen. Da ist... Ach... Das ist das erste, wo ich hochdampfen kann. Oder lass doch direkt mal... Ist da noch irgendwo etwas? So. Entferne mich nicht weiter von hier als nötig, denn ich will erst ein Equipment haben. Da kann ich bestimmt drüber. So. Mach mal Suche. Die stellt sich aber an hier. So. Jetzt probieren wir es mal. Ja. Und wo sie war nun? Ähm... Irgendwo, wo ich nicht hinwollte, denke ich. Ja. Ja. Und wo sie war nun? Ja. Aha, hier bin ich. Okay. Ah, alles schön und gut. Sachen sammeln. Aha, okay. Wann Dinger kann ich verbinden? Jetzt... Aber... Ich komm ich da rauf. Ich muss jetzt einmal hochkommen. Oh Gott. Ich brauche es mich loswerden. Ja, dann holen wir das mal von hier. Das, das. Uppala. Nein. Noch stoffeliger kann man sicher hier nicht einstimmig, wa? So, wenn ich da jetzt hingehe, gehe ich dann hin. Definitiv nicht dahin. Äh? Hast du verlernt, dich festzuhalten, Lara? Danke. Nee, das hier nicht so wie. So, probieren wir jetzt noch mal. Aha. So, was macht der da mitten? Komm, wir probieren es einfach. Wer jetzt daneben gehen, kann es ja nicht. Okay. Das bringt gar nichts. Das wird dann nämlich schon wieder hier. Ich probiere es jetzt so lange, bis er halt durchgeschnitten hat hier. Ist es möglich, irgendwie was zusammenzustellen? Inventarmäßig. Ja. Ich glaube, ich bin nicht da. Das ist eine Pause. Ei, ei, ei. Mein Gott. Ich wette mit euch, die Lösung ist so einfach. Lösung ist so einfach. Nur, ich sehe halt den weit vor lauter Bäume nicht. Bin ich wieder hier. Hey. Ist es denn für mich nicht irgendwie möglich, hier über... Ich habe nur... ...das Seil darüber zu kommen? Nein, das ist wahrscheinlich nicht. Ich habe nur noch ein bisschen Kraut für die arme Lara. Oh. Was war es denn auch? Von hier komme ich nicht in die Richtung. So. Ah, ahaha. Moment hier mal. Wird euch mal kratzen. ich habe ja jetzt gedacht immer runter ich muss irgendwie da hinten drauf kommen hier geht es nicht ist hier aha okay jetzt mit etwas glück ja ja ich mich wenig groß bewegen kann so schön ich muss da aber lieb gut Leute bevor wir jetzt hier weiter rumgammeln ja und nichts passiert mache ich einmal kurz Pause und wir sehen uns gleich wieder ich gucke jetzt mal was da los ist warum ich da nirgendwo hinkomme kurze Pause bis gleich so Leute da bin ich wieder und eventuell habe ich das Problem gewusst aber nur eventuell wir schauen mal so Inventar da haben wir es doch Messer so ich hasse es dass ich hier keine Erklärungen bekomme ich muss ständig bei Google nachfragen hier das müsste scharf genug sein da muss man echt erstmal drauf kommen dass man das so machen muss meine Güte irgendwas hält die Vorräte noch ja da oben da wir hier jetzt schon alles in und auswendig kennen wissen wir ganz genau wo es ist ja meine Ausrüstung endlich ja da da kommt alles runter und du das dürfen wir oh man oh der Bogen sieht doch schön aus warum habe ich nicht alles zusammengepackt ja hier was los müssen wir jetzt Miss Croft jemand da kommen Miguel wo bist du verdammt natürlich okay okay das brauchen wir nicht wo ist denn die Pfeile her ist es denn möglich auf dich hält das ich weiß natürlich nicht ob wir jetzt hier richtig sind aber Miguel wir laufen einfach mal das gefällt mir gar nicht doch wir sind hier richtig Miguel wo bist du oh oh nein Miguel Miguel ich befürchte fast wir bekommen es jetzt mit diesem Leoparden zu tun oh wo packt sie die ganze Stöcker hin okay Miguel hier wirklich runter springen ist mal nirgendwo hoch okay jetzt ist eh zu spät aber scheint richtig zu sein was ist das was ist das ups boah sieht so mega aus aber der doch gerade gefressen was will der denn von mir schon wieder schön durchatmen schön durchatmen da ist ja noch ein zweiter na toll na toll ja ach ein Jaguar nicht Leopard okay nein 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 oh Gott wir hätten zwar gleich drauf schießen können Mädels hier muss ich vorsichtig sein irgendwo Grundsdach ich sitze ich ziemlich in der Falle würde ich fast brauchen ja ich bin ein bisschen zu hoch ach hier durch ja okay verdammt okay auch man sie sind schneller ja Wie weicht man denn aus? Das ist es. Wer hat mich erwischt. Ah, so weicht man. Das funktioniert. Wunderwischt hat er mich trotzdem. Wunderwischt hat er mich. Oh. Äh, Fisch. Ja, nicht dein Geschmack. Richtig Gänsehaut. Ich liebe diese Tiere. Ach Gottchen. Das war ein Erlebnis. Ach. Ach, die arme Miezekatze. Die arme. Ich bin jetzt ein bisschen deprimiert. Ein bisschen traurig. Auch weil ich jetzt die Folge beende. Aber mehr wegen der kleinen Miezekatze. Nein. Ich mag sowas nicht. Das ist total traurig. Na egal. Ist ja Gott sei Dank nur ein Spiel. Ich sage jetzt aber, da wir sowieso schon ein wenig Überlänge haben, dass es das für heute war. Diese Folge ist zu Ende. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Macht's gut, meine Freunde. Genießt alles, was ihr habt. Wir sehen uns. Ciao.